Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Sniper 2 Ghost Warrior. So, wir sind hier mitten irgendwo im tibetanischen Hochland. Es ist Abend. Schnapp dir das C4 und platzieren ein paar Ladungen. Und wir schnappen uns das C4 und platzieren ein paar Ladungen. La la la. Zisch knack, frischer Geschmack. Hier gibt's auch nochmal. Ein bisschen knete. Okay, lass uns abhauen. Wir zünden die Ladungen, sobald wir weit genug weg sind. Okay. Eieieiei. Das sollte weit genug sein. Zeit fürs Feuerwerk. Dann, lauf! Das Höhensystem muss instabiert sein. Es war gar nicht so viel C4. Nö, war nur zwei Kilo. Los, los, los. Back, nach rechts. La 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 la. Hier durch. Das hast du toll gemacht. War eine super Idee. Beeil dich oder wir schaffen es nicht. Ja, laufen wir weiter. Blockierst mich. Nach rechts. Was? Rechts. Da ist rechts. Rechts ist, wo der Daumen links ist. Links. Das ist da, wo der Daumen rechts ist. Ich spring. Hüpf. Bewege deinen Arsch! Oh, scheiße. Huh. Ich bin aus der Puste. Bähäää. Na, 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 na. Hier, Paul. Bei mir. Ja, ich muss mal durchatmen. Hier durch. Ja, 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 ja. Andere Richtung. Andere Richtung. Volle Kehrtwende. Es wird knapp. Panzer in Querfahrt. Och, scheiße. Guck mal. Die laufen auch. Missionsstatistik, Akt 3. Alle Brücken abbrechen. Gut, das hätte ich eigentlich noch in den letzten Part mit reinbacken können, aber ist ja egal. Da kommt es eben noch in diesen rein. Ist mir jetzt auch egal. So, äh. Ja. Typisch amerikanisch. Alles mal in Schutt und Asche legen. Wird schon passen. So, äh. Boah, Alter, war ich hier schlecht. Ja, ist mir jetzt auch egal. Ist mir furz egal. Fortverhand. Eieieiei. Ort Tibet. Zeit 11 Uhr. Zeit fürs Mittagessen. Heute. Racer. Racer. Aufpassen. Wir schicken ein Angriffsteam, das hier am Zielort treffen wird. Racer 3 2. Hier ist Gamble 2 1. Die Taskforce ist auf dem Weg zum gemeinsamen Treffpunkt am Übergabeort. Wir könnten wirklich etwas taktische Unterstützung von euch Jungs gebrauchen, wenn wir mehr Genovs-Leute aufmischen. Verstanden? Geht klar, Gamble 2 1. Wir freuen uns, freuen uns schon drauf. Sind nur gerade etwas beschäftigt. Melden uns, wenn wir da sind. Tja, und wetten wir, sind als erstes da? Und zwar, indem ich Enter drücke. Deal vermasseln, vermutetes Überraschungsmoment. Bin ich der Einzige, der hier ein verdammtes Déjà-vu-Erlebnis hat? Du sagst es, aber wir müssen das Ganze in den Griff kriegen. Zumindest für Keller und seine Jungs. Das ist wohl der Moment, wo ich Hurra schreien sollte. Also wieder besseres Wissen. Hurra, Bruder. Hurra. Okay, so, äh, was steht an? Ach, schön ist es hier. Oh, da auf den Bergen ein bisschen Snowboarden gehen. Ah, das wäre jetzt schön. So, wo müssen wir hin? Ah, er bewegt sich, wir gehen einfach mal hinterher. Moment. Äh, ich lege mich mal hin, denn mich hat... Siehst du ihn? Nö. Ich sehe gar nichts. Ach, der R. Gut, den werden wir mal ausschalten. Gefahr eliminiert. Okay, lass uns weiter. La 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 la. So, und, wieder was entdeckt. Da kommt jemand schnell hinter die Säule. Ich nehme die andere Säule. Der rechte gehört ihm. Willkommen. Lea-Rolli-Main. Sabatwa-An-Tal-Qay-Krasas. Anatole-Adul, ihr stopp. Anatole-Adul. Okay, wir rücken vor. Nein, der Tod. Ich hätte ihn nicht... So verstecken die eigentlich die Leichten. Ich verstehe das nicht ganz. Wir stürmen auf dein Zeichen hin. Ja, dann... Wir warten auf... Keine Ahnung, wie es am Tempel aussieht. Bleib ruhig. Sieht übel aus. Wir müssen so viel wie möglich mit einem Schuss ausschalten. Check mal, ob man bei einem eine Granate offen zieht. Äh... Hm, hm, hm. Ich sehe nicht mal einen Gegner. Ach da. Okay, dann schieße ich also auf die Granate. Das ist ja auch mal wieder was Neues. Ne Granate treffen. Ja, gut. 50, 60 Meter. Probieren wir es. Das ist jetzt kein leichter Schuss. Boah, das wackelt. Du hast das Automatik-Gewehr. Weiter geht's. Hat mich doch noch getroffen. Verdammt. Wahrscheinlich beide im gleichen Moment abgedrückt. Okay, da kommt, glaube ich, ein Hubi. Achtung, feindlicher Heli. Unser Massenvernichtungswaffen-Fanatiker ist hinzugekommen. Der Wind wird den Piloten eine Weile beschäftigen, aber wir müssen dranbleiben. Was hat denn der? Äh, ich trage ihn noch. Haben wir schon gesehen. Lass uns mal schauen. Im Turm auf 1 Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Kann ich mich hier nirgendwo hinlegen? Ach, hier. Boah, ich sehe hier gar nichts. Ich muss ein bisschen was sehen, dann kann ich die auch eliminieren. So, ich gehe da vorne hin. Na, du, ich sehe das hier. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Barbara Da hast du was gesehen? Nö, hab ich nicht. Was machen wir dann? Dann schauen wir doch mal. Tschüss. Jetzt kommt eine zurück, jetzt geht die andere wieder. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Ja. Scheiße, Erdgeschoss. Das Soldat nähert sich dem Turmeingang. Er darf ihn nicht erreichen. Zielrechte Seite. Was ist der? Na, sagen wir mal. Patrouille nähert sich dem Platz. Erstmal nichts machen. Okay, erstmal nachladen. Wo nähert sich hier eine Patrouille den Platz? Ach, der. Äh, der sieht mich gleich. Sie verteilen sich. Mach dich bereit. Wir gehen mit dem, der dort rum... Scheiße, die haben uns entdeckt. Ja, weil ich so lange warten muss hier. Aua. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich hab genau auf seinen Befehl gewartet. War doch noch einer. Ach, da ist er. Super Versteck. Da kommt der nächste. Oh, komm raus. Oh, wo ist er hin? Da ist er hin. Gut gemacht. Wir hauen jetzt ab. Los. Hey, schieb mich nicht runter. Das Spiel ist schön, ja. Das Spiel ist sehr, sehr schön. Schüsse, geht in Deckung. Scharfschützen dort oben, an der Tempelmauer. Wo denn? Ich seh doch nichts. Hey. Ich seh gar nichts. Ach, da. Ah, streck dein Köpfchen raus. Genau so. Noch einer. Wer will sich noch mit mir anlegen? Wo war der her? Ich konnte irgendwie nicht genau sagen, wo der herkam. Von da hinten war es ja wohl nicht. Nö. Da seh ich überhaupt nichts. Nee, aufstehen. Jetzt aufstehen. Hallo. Böser Scharfschütze. Ach, da oben. Wir können ins offene Gelände. Razer 3-2, hier ist Gamble 2-1. Helikopter bereitet sich auf die Landung vor. Wir brauchen dich hier unten. Sofort. Over. Gamble, wir stecken hier unten am südlichen Haupteingang des Tempels fest. Wir sind bald dort. Bestätigt. Warnung. Wenn du nicht pünktlich kommst, haben wir grünes Licht von Uniform, das wir angreifen können, wenn es nötig ist. Aber wir heißen deine Himmelskräfte willkommen. Ihr braucht noch nicht zu beten, Jungs. Ich garantiere euch, dass die Kerle mit Feuerregen von oben bestraft werden. Verstanden, Razer. Anderson, lass uns angreifen, bevor die hier fertig sind. Okay. Sauber. Ach, du hast auch mal wieder mitgeschossen. Geh vorsichtig rein, sei auf der Hut. Auf Zehenspitzen. Ziel geradeaus um die Ecke. Überlass ihn mir. Fahrzeug, versteck dich. Killstealer. Es fährt wohl vorbei. Lass es. Feind geradeaus. Okay. Schnapp ich mir. Schnapp. Ja. Mein Feind ist weg. Warte bis jetzt. Jetzt. Was ist das, Hilfe, Cole? Etwas Hilfe, Cole. Was ist das, Hilfe, Cole? Ja. Noch einer. Nö. Funktioniert doch. Trägt dich nicht auf. Munition? Nö, gibt's nicht. Wir müssen mit der Auskommen, die wir haben. Ich glaub, wir gehen hoch. Glaub ich auch. Ich geh erst da. Nö, tsch. Ich kann's ja mal den Arsch bewundern. Soll ich mal stehen bleiben? Ach, ich wackel mit dem Arsch. Ich wackel mit dem Arsch. Ich wackel mit dem Arsch. Du kannst nichts dagegen tun. Nö, 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 nö. Oh, Munition. Irgendwer sitzt da doch wieder. Heli am Boden. Merinovs Scharfschütze ich glaube ich glaube es ist Maddox. Er sollte doch tot sein. Er schießt ihn sonst entkommt er. Alle Teams los. Er schießt er hat sich. Pfeif. Anderson das Cockpit ist beschädigt schießt er durch. Gute Nacht. Und auch für dich Maddox. Adios. Guter Schuss. Nein es ist noch nicht vorbei. Missionsstatistiken schlechtes Karma. So wie sieht denn jetzt unsere Statistik aus. Zehnmal Alarm ausgelöst. 74 Prozent. Naja wenigstens mal etwas. Mach ich gleich weiter. Ich mach gleich weiter. Komm. Es dürfte jetzt eh die letzte Mission sein. Wird das hier eine längere Folge. Tibet 15 Uhr Mittagessen ist vorbei. Heute. Racer. Lagerbericht. Dias. Was ist da drüben los? Es ist Maddox. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Das ist Blödsinn Agent. Reißen Sie sich zusammen. Ich glaube es selbst kaum so aber es ist wahr. Er muss derjenige gewesen sein der uns da am Hotel auf den Philippinen erwischt hat. Verdammt. Weil diesem Einsatz geht alles schief. Okay. Satellitdaten zeigen die Wärmesignatur der Biowaffe an Bord des Helikopters der zwei Kilometer östlich von ihrer Position gelandet ist. Sie sichern und halten bis zur Exfil. Und falls Maddox sie aufhalten will. Ja wir wissen was wir dann tun müssen. Wir müssen Enter drücken. In einem Gebiet wie diesem hat Maddox maßig Deckung und eine sehr gute Sicht. Pass auf dich auf. Okay lass uns abhauen. Wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Jetzt wäre doch so eine richtig schöne Jagd was feines. Scharfschütze gegen Scharfschütze. Das wäre doch richtig was feines. Gut wir hätten einen Vorteil. Wir hätten einen Spot da. Ich geh zuerst. Zwei Augen mehr. Ich kann immer noch nicht glauben dass Maddox am Leben ist. Es ist genau wie bei dieser verdammten Sarajevo Sache. Tja nur dieses Mal gibt es keine Aktentaschen voller 100 Dollar Scheine. Er macht das nicht wegen der Kohle. Zumindest nicht mehr seit ich ihm eine Kugel durch den Körper gejagt habe. Er will Revanche. Das ist ein Kampf den ich gewinnen will. Hohe Aktivität für deine Rücke dort. Tja dann müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Würd ich sagen wir schalten das erst aus hier. Die Box aus. Dann legen wir den mal flach. Den mal flach. Den mal flach. Erledigt. Folge mir. Feuere auf dein Zeichen. Wieder macht er gar nichts. Du bist ein Arschloch, Dias. Bereich ist sicher. Darum belügt er mich. Los, los, los. Du bist genau in meinem Fadenkreuz. Bleib unten und folg mir. Cole Anderson bist du das? Du willst den Job zu Ende bringen, stimmt's Partner? Tja, du hast beim ersten Mal versagt und dieses Mal wird es nicht anders laufen. Carl Maddox, hat dich den Geruch von frischen Scheinen von den Toten aufgeweckt? Fick dich und deine scheiß heile Weltvorstellung. In dieser Welt musst du dich um dich selbst kümmern, sonst bist du tot. Wie schaltet er sich auf unseren Funk? Ist das dein neuer Spotter, Cole? Du siehst aus wie ein Bürohengst. Zieh den Bauch mal ein. Da wollen wir jetzt noch kein Loch reinballern. Würde nicht oder könnte nicht. Sieht nicht so aus, als ob sich dein Zielen verbessert hat. Versuch mal dein Gewehr zu halten und nicht deinen Schwanz. Große Sprüche für einen Fünfjährigen. Du bist immer noch ein Kampfhund an der Leine von Uncle Sam. Aber bellende Hunde beißen nicht. Erinnerst du dich an dein Kommandoteam auf den Philippinen? Keller und Gommes, oder? Ja, genau. Hab sie über Funk gehört, als sie nach Hilfe schrien, während ich alle nacheinander verwundet habe. Arschloch. Dieses Mal werde ich den Job beenden. Ich glaube nicht, dass du überlebst und deine Chance bekommst. Äh. Äh. Maddox. Ich hab dein Zielfernrohr. Alter, what the fuck. Da fliegt ein Zielfernrohr. Achtung. Unirte 14. Das Flugobjekt. UFO. The truth is out there. Soll ich mal drauf schießen? Keine Ahnung. Was passiert dann? Ist deine Mission vorbei? Ich schieß mal drauf. Stirb. Zielfernrohr. Stirb. Stirb. Böses Zielfernrohr. Ne, passiert nix. Muss ich das verstehen? Hallo. Eigentlich müsste er uns doch jetzt sehen. Warum fliegt das da rum? Warum fliegt da ein Zielfernrohr rum? Alter, ich verstehe es nicht. Warum fliegt da ein verdammtes Zielfernrohr rum? Was soll da nicht rumfliegen? Das darf da nicht rumfliegen. Das hat Flugverbot. Fliegt es noch rum? Äh. Oh, fliegt noch rum. La, 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 la. Alter, hat der ein schlechtes Ziel. So, mal weiter hier. Scheiße, vor uns ist viel offenes Gebiet. Wer wird uns mit Sicherheit erwischen? Rauchgranate. Macht euch bereit. Euch? Okay, Bewegung. Wer ist denn euch? Du machst es mir leicht, dir zu folgen. Ich kapier, dass du eine Rechnung begleichen willst. Aber eine Biowaffe. Überleg mal, wie viele sterben. So geldgierig kannst du doch nicht sein. Du raffst einfach gar nichts. Sobald du hier mit einer Kugel im Bauch in diesem gottverlassenen Müllplatz liegst. Und wer ist die Austauschball? Du wirklich? Da sind mehrere bei dem Streifenhütten. Alle Scharfschützen in den Hütten auf 12 Uhr. Es sind zu viele für einen Frontalangriff. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn wir den Benzinkanister in die Luft jagen, bricht ein Feuer aus. Das wird uns verraten, aber zumindest das Maddox anmelden. Da halte ich aber für eine gute Idee. So, wo ist denn... Benzinkanister? Wo? Ich zieh gleich auf den Scharfschützen. Ist das Maddox? Nö. Sieht nicht aus wie ein 50er Kaliber. Ja, wo ist denn da ein Kanister? Ach, da ist ein Kanister. Hey, Dias! Was reimt sich auf Minister? Minister. Genau. Ich bin so gerissen, wie ich diesen Wichser kenne. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Was schießt denn der noch? Hab ja da woher jemand kommt! Ich seh da keinen mehr. Au! Hey, dafür wärst du eigentlich zuständig mit deinem Sturmgewehr. Um genau solche Arschlöcher auszuschalten. Ach, Dias, Dias, Dias. Ach, Dias, Dias. Ist das was? Nö. Ach, jetzt hat er noch was getroffen. Der Dias. Gott, oh Gott. Ist nützlich wie ein Sack Flöhe. Nach rechts. Dieser Platz ist viel leergefegt. Das gefällt mir nicht. Vorsicht! Mehr Scharfschützen auf den Türen. Schucke! 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 Schucke, da ist niemand. Schucke auf den Türen. Äh. Wo fängt denn der an? Juhu! Aber sowas vom Kopfschuss. Sowas vom Kopfschuss! Hierher, los! Nö. Teilen wir uns auf, dann machen wir Maddox doppelten Ärger. Ich den Linken, du den Rechten. Äh. Ach so. Hier muss ich lang. Ich will Chili! Folge Maddox Sprecher. Äh. Au! Nicht so schnell, Kamil Schender. Das ist meiner. Alles okay, Partner? Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Na los, Arschloch. Hast du die Eier, den Abzug zu drücken? Wie du willst. Seh dich auf der anderen Seite, Cole Ender. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Guter Schuss, Blattfuß, nur eine Meile da. Heilige Scheiße. Danke. Du kannst mir den Gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben mich gesehen, ich stecke fest. Bin unterwegs. Äh. Ja. Au. Soll ich dich mal heilen? Au. Soll ich dich mal heilen? Ja. Ist das Dias? Ich glaube. Ich glaube, das ist Dias, ja. La 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 la. Äh, Maddox ist dahinten. Warum laufen wir jetzt da rüber? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder hat er sich weg-teleportiert? Wir müssen ihn einkreisen. Los! Vorsicht! Er ist in diesem Turm. In welchem Turm? Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergehton Call. Da bist du ja. Jage die Kanister in die Luft. Schieß auf die Tonnen, er sitzt zu tief. Welche Tonnen? Ich suche Tonnen. Ich suche Tonnen. Tonnen, Tonnen, Tonnen. Wer Tonnen? Da meint er den Turm. Nö. Könnte er auch nicht meinen. Kann ich hier irgend... Nö, natürlich nicht. Darf ich nicht. Warum auch? Äh. Schieß auf die Tonnen. Schieß auf die Tonnen. Oh. Welche Tonnen? Oh, der hat gar nicht mal geschossen. Hahahaha. Alter, so ne... Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Bei der Chili-Schote. Hey! Wieso kann ich nicht gleich da oben hinziehen? Ich weiß, dass du da oben bist. Komm raus! Was? Was ist jetzt, wenn ich da raufhüpfe? Darf ich nicht. Subtolog! Oh, kann ich das nicht überspringen? Ach doch, Leertaste. Du kannst mir den Gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben mich gesehen. Ich stecke fest. Bin unterwegs. Ah, Kapi auch. Wo ist da noch einer? Keine Ahnung. Ich geh wieder raus hier. Öh, da steht ja noch ein Bruder. Wuh, 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 wuh. Okay. Getroffen! Noch mal. Ach nö. Dachte schon, da wär noch einer. So. Äh. Okay, also ich darf also keine zwei Zentimeter weit rauslaufen. Sonst bin ich tot. Wir müssen ihn einkreisen. Los! Vorsicht! Er ist in diesem Turm. Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung, Call. Da bist du ja. Ich sehe einige Fässer, Fässer. Schieß auf die Tonnen, er sitzt zu tief. Wo, wo sieht denn der hier Fässer? Da seh ich ihn fass. Ich schieß doch auf die Fässer. Da stehen auch noch Fässer. Ich schieß auf die Fässer. Nö, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was für Fässer. Der hat aber viele Fünfziger Munition, muss ich ihm schon lassen. Da drin vielleicht? Das ist doch ein Fass. Oder etwa nicht? Natürlich ist das ein Fass. Ach, das... Ne, das ist ne... Das ist ne Treppe. Aber das ist ein Fass. Das ist ne scheiß Fahne. Ich sehe kein Scheiß Fass. Ah, ich kann das scheiß Bild abschießen. Nö, sehe ich nicht. Alter, wo siehst du ein Fass? Hat der da drüben vielleicht? Hä, ich sehe nix. Ach, da ist noch ein Turm. Noch ein Turm. Wie viele Türme gibt es denn hier? Okay, ich komme zumindest schon mal bis hier hin. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Das ist kein Fass. Das ist kein Fass. Ich... hab keine Ahnung. Nö, weiß ich nicht. Bin... Ich hab keine Ahnung, worauf ich hier schießen muss. Äh... Na gut. Ich glaube, ich werde hier einen Cut machen. Und, äh... Ja, das Finale sehen wir dann das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, äh... Ja. Let's play Sniper 2 Ghost Voria. 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 Ja. Wenn ich weiß, was ich da abballern muss. Also, bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.